Ein Hallo zurück aus der Halle 3 auf dem Pedia-Stand. Neben mir stehen Roland und Nils von Diven Mallorca. Herzlich willkommen. Ich sehe gerade Bike and Dive. Roland, was hat das aus? Ja, wir haben doch recht viele Taucher, die auch super gerne Motorrad fahren. Und da haben wir jetzt so eine Tour zusammengestellt, die uns durch die Berge auf Mallorca führt. Ist ja eine wirklich schöne Insel. Nicht nur der Ballermann, wie viele ja vielleicht kennen, sondern auch wirklich eine tolle Natur. Und da haben wir jetzt was zusammengestellt, wo wir schön rumfahren. Der Basenbus fährt hinterher mit dem ganzen Equipment. Nach dem Tauchen haut der Basenbus wieder ab. Die ganze Ausrüstung wird gewaschen, gereinigt, weggehängt. Und wir machen auch schöne Touren auf der Insel und schauen uns viele schöne Städtchen an. Schöne Abwechslung neben dem Tauchen, Nils. Ansonsten, was gibt es bei euch Neues? Habt ihr Frühbucherangebote? Klar, wir haben auch dieses Jahr zur Boot wieder ein Angebot zusammengestellt. Wir haben halt sieben Übernachtungen mit Tauchen zusammen. Wir besuchen die Piratenhöhne, gemeinsames Abendessen und werden einfach eine schöne Woche mit den Tauchern haben. Heißt, eure Gäste werden auch rundum versorgt. Dann wünsche ich euch eine tolle Saison 2017. Guten Start, vielen Dank und wir melden uns bald wieder. Guten Start, vielen Dank und wir sehen uns bald wieder.